Henry, wie viele Menschen waren bei der Vorstellung? Schwer zu sagen. 2000? Vielleicht mehr. Und wie viele Vorstellungen gibt es von solch einem Stück? Fünf oder sechs nehme ich an. Neuer Aufschlag. Das heißt... Meiner treu. ...zehntausend Seelen lauschen alle den Worten eines einzigen Mannes, den Gedanken eines Mannes. Das ist Macht, Robert. Und wenn sich die Cecils auf eines verstehen, dann auf Macht. Neuer Aufschlag. Und seit wann erobern Worte am Königreich? Ich bleib bei meinem Schwert. Ich danke, Verbindlich. Aus.